Haben Sie Mitleid mit kleinen Kühen, Schweinen, Enten, Pischen und anderen Lebewesen dieser Art? Finden Sie es absolut unter der Sau, dass Menschen Fleisch essen und möchten deswegen etwas dazu beitragen, dass das weniger passiert? Dann kommen Sie zu uns und unterstützen Sie uns in dem Anliegen, eine bessere Welt für bessere, glückliche kleine Tierchen zu schaffen. Kaufen Sie unser neuestes Produkt, Fleischersatz aus Kuhfladen. Jetzt werden Sie sagen, boah, ein Kuhfladen, das kann man doch nicht essen. Doch, kann man. Wir haben es gemixt, mit Algen gemischt, mit ein paar Bakterien und ein paar Kulturen, Betriebsgeheimnis welche, schön angemischt, es gepresst, es in die Pfanne gekloppt und jetzt sieht es aus wie ein kleines leckeres Steak. Es riecht sogar nach Schinken, die Algen machen das. Kaufen Sie Kuhfladen als Fleischersatz und retten Sie damit der Kuh, die den Kuhfladen gesetzt hat, den Arsch. Wortwörtlich. Kuhfladen als Fleischersatz. Nur für kurze Zeit. Außer natürlich, die Anfrage steigt, dann produzieren wir mehr. Kuhfladen als Fleischersatz. Kuhfladen als Fleischersatz. Untertitelung des ZDF, 2020